Purva-Tanasana ist die Dehnung des Ostens oder auch bezeichnet die Dehnung der Vorderseite des Körpers, eine andere Bezeichnung für Purva-Tanasana, die schiefe Ebene. Tana heißt Dehnen, Uttana heißt etwas intensiver Dehnen oder auch nach oben Dehnen und Purva-Tanasana ist also eine andere Bezeichnung für Purva-Uttanasana und damit von Purvo-Tanasana. Angelina zeigt, wie es geht. Ausgangsposition Langsitz. Dann gib die Hände hinter Dir auf den Boden und hebe das Becken hoch und lass den Kopf nach hinten gehen. Das ist Purva-Tanasana-Grundstellung. Es gibt viele Variationen von Purva-Tanasana. Du findest sie unter dem Stichwort schiefe Ebene oder Purvo-Tanasana in der Yoga-Vidya-App oder auch auf yoga-vidya.de, Stichwort schiefe Ebene oder Purvo-Tanasana.